Hallo an alle meine MySpace-Fans da draußen. Ich grüße euch aus der Karstadt-Filiale hier in Münster von meiner Autogrammstunde. Ja, wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, diese MySpace-Seite von mir, die online ist, ist nicht von mir. Da geht sich jemand für meine Person aus. Also seid nicht böse. Ich bin das nicht, der euch hier nicht zurückschreibt. Diese Seite ist nicht offiziell. Also das ist ein großer Fake. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal beim Auftritt von mir oder bei meiner Autogrammstunde. Macht's gut, habt Spaß. Geht Gas, euer Christian.